Wieso hat der Mann, wieso hat das Fahrzeug mit der Ukraine-Kanzlerin keinen Strafzettel und ich habe hier einen? Warum? Ja und ich zahle die Steuern, was soll das? Warum klatschen sie in keinen Strafzettel und mir klatschen sie einen? Warum dürfen die? Dürfen die einfach ihre Fahrzeuge abstellen, wo sie wollen und ich muss dafür, ich als Steuerzahler muss dann... Und sie sind einfach so toleriert, ich soll als Steuerzahler jetzt einen Strafzettel zahlen und der andere darf klacken, wie er will. Das geht doch nicht. Wo bleibt dann die Gleichberechtigung, das können sie doch nicht bringen. Das geht nicht, das müssen sie wieder wegnehmen. Was für ein Einspruch, Alter Mann, hallo rauf! Da, hier, warum haben sie da keine? Warum nicht? Warum nicht? Das ist ein Problem. Warum? Es ist ein Problem. Es stimmt. Eigentlich ist man keine chưa alegrin ande Righträge. Was dazu ver 나와?